Moin Moin, ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. In diesem Video geht es darum, die Gleichung 10x gleich 6y, ausführlich könnte man auch sagen 10 mal x ist gleich 6 mal y, zu lösen. Dies mache ich jetzt erstmal, indem ich folgenden Schritt mache. Ich schreibe für 10 mal x 20x minus 10x, weil das ausgerechnet ergibt ja 10x. Und ich schreibe für 6y 12y minus 6y, weil das ausgerechnet ergibt ja 6y. Ich habe also noch nichts groß verändert. So, und jetzt bringe ich die minus 10x auf die andere Seite, indem ich plus 10x rechne. Das ergibt dann auf der linken Seite vom Gleichheitszeichen 20x und rechts vom Gleichheitszeichen 10x plus diesen Ausdruck, also plus 12y minus 6y. Nun bringe ich im nächsten Schritt die 12y auf die andere Seite, indem ich minus 12y rechne. Das ergibt dann 20x minus 12y auf der linken Seite des Gleichheitszeichens und auf der rechten Seite steht dann 10x minus 6y. Nun klammere ich hier bei 20x minus 12y den Faktor 4 aus. Dann steht da 4 mal, Klammer auf, 5x minus 3y, Klammer zu. Machen wir die Probe. 4 mal 5 ergibt 20, mit dem x dahinter 20x. 5x minus 4 mal 3y ergibt 12y. Passt also. Dann habe ich mein Gleichheitszeichen. Ja, und hier oben, da klammere ich den Faktor 2 aus. Dann steht da 2 mal, Klammer auf, 5x minus 3y, Klammer zu. Auch hier machen wir nochmal die Probe. 2 mal 5x ergibt 10x minus 2 mal 3y ergibt 6y. Passt also. So, und wir haben jetzt hier in Klammern, ich habe es hier schwarz jeweils geschrieben, den Ausdruck 5x minus 3y links und rechts vom Gleichheitszeichen. Also teile ich jetzt durch 5x minus 3y. Das habe ich hier hinten geschrieben. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt raus, 4 ist gleich 2. Weil sich ja dann 5x minus 3y wegkürzt, wenn ich durch 5x minus 3y teile. Ich kann also sagen, die Lösung der Gleichung 10x gleich 6y ist 4 gleich 2. Ist es richtig oder falsch? Tja, wie siehst du das denn? 10x gleich 6y ist 4 gleich 2. Na klar. Irgendwo muss ja was falsch sein, weil 4 kann ja nicht gleich 2 sein. 4 kann 4 sein, 2 kann 2 sein, aber es kann nicht 4 gleich 2 sein. Warum ist es falsch? Merke, teilen, der Fachbegriff ist dividieren, durch 0 ist in der Mathematik nicht definiert, also nicht erlaubt, beziehungsweise nicht möglich. Ja, hier oben, da teilen wir durch 5x minus 3y. Jetzt muss ich mir also die Frage stellen, kann dieser Ausdruck 0 werden? Und für diese Lösungen darf ich dann eben hier nicht teilen. Dafür gehe ich wie folgt vor. Angenommen, der Ausdruck, durch den ich teile, 5x minus 3y, der ist gleich 0. Diese Gleichung stelle ich jetzt mal um. Minus 3y bringe ich auf die andere Seite, indem ich plus 3y rechne. Das ergibt dann 5x ist gleich 3y. Ja, jetzt sehe ich ja hier oben, die Gleichung, die wir eigentlich lösen wollten, hieß 10x ist gleich 6y. Also nehme ich jetzt einfach mal diese Gleichung mal 2. Das ergibt dann 10x ist gleich 6y. Das heißt also, wenn 10x gleich 6y ist, dann wird dieser Ausdruck 0. Und dann darf ich da nicht durchteilen. Ich kann also sagen, es müsste also, um durch 5x minus 3y teilen zu dürfen, 5x minus 3y ungleich 0, also 10x ungleich 6y sein. Da laut Aufgabe jedoch 10x gleich 6y ist, das war ja die Gleichung, die wir lösen wollten, darf also nicht durch 5x minus 3y geteilt werden. Damit ist das der Fehler in der Rechnung. Es ist also falsch. Die Rechnung ist falsch. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich es mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.